Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es weiter in unserer Worst-to-Best-Ranking-Serie. Wir hatten bereits schon einige, seht ihr da? Und jetzt kommt endlich der Trizeps dran. Es gibt auch hier einiges zu beachten und das Ganze jetzt nochmal im Schnelldurchlauf für diejenigen, die neu in dieser Serie sind. Das Ganze ist nach dem Vorbild der Jeff-Nippert-Serie entstanden und es gibt schon so einiges auf YouTube, wo gerankt wird. Deswegen machen wir es auch nach einem System, wo es von D nach S geht. Das ist das amerikanische System, kann man in unser Notensystem übersetzen. Das bedeutet, S ist eine richtig tolle Übung und D, naja, ist so ziemlich übel. Danach werde ich anschließend die beste Übung überhaupt mit dem S-Plus oder die schlechteste Übung mit dem F wählen. Das Ganze wird nach einem System gemacht, wo es drei wichtige Aspekte gibt. Aspekt Nummer 1, die Übung muss eine gute Range of Motion haben. Das bedeutet, nicht zu verwechseln, dass wir diese immer einhalten müssen und komplett die Bewegungsamplitude ausnutzen, sondern es geht darum, dass sie zumindest das Potenzial hat, dass wir eine große Bewegung drin haben. Dass wir sowohl einen Stretch drin haben, irgendwo in dieser Übung und auch eine gute Spitzenkontraktion. Das ist wichtig, zumindest habe ich dann die Auswahl und nicht nur einen kleinen Radius und weder Stretch noch Spitzenkontraktion drin. Dann wäre das denkbar schlecht in dieser Kategorie. Die zweite ist, wie gut fühlt sich diese Übung an? Die klingt jetzt erstmal sehr subjektiv und ja, da spielt auch viel Subjektivität mit ein, denn wir haben alle verschiedene Körper und reagieren auf Übungen anders. Das wissen wir mittlerweile vor allem, wenn man den Kommentaren folgt. Aber es gibt einen gewissen Grad, einen breiten Korridor an Objektivität da, ob eine Übung sich wirklich gut anfühlt oder nicht. Würde man irgendetwas machen, wo die Schulter in eine Position gebracht wird, die anatomisch bei keinem Menschen besonders günstig ist, ja, dann wäre es keine günstige Übung in diesem Fall. Und Nummer 3, es muss eine Möglichkeit, eine simple Möglichkeit der Progression geben. Das bedeutet, wir können uns steigern, wir können das Ganze auch tracken und nachvollziehen diese Steigerung. Und diese Steigerung macht Sinn im Laufe der Zeit, egal ob mit Gewicht oder mit Wiederholungen, aber so, dass man es gut nachvollziehen kann. Zu beachten gibt es hier das Gleiche wie beim Bizeps. Es gibt für den Trizeps so viele Möglichkeiten, Übungen zu kreieren, aus nur einer Handvoll verschiedener Variationen. Beispiel, wie ist meine Handgelenkstellung? Wie ist meine Oberarmstellung? Vor dem Körper, über dem Körper, neben dem Körper, hinter dem Körper. Und damit können wir natürlich so ziemlich alles kombinieren. Haben wir einmal einen Seilzug, können wir den vor dem Körper halten, können wir so ein bisschen die Arme nach hinten machen, können wir den über dem Körper halten. Und das können wir mit jeder Griffvariante durchspielen. Das heißt, eigentlich hätte ich so viele Übungen zu ranken und einen großen Unterschied macht es doch nicht. Ich nehme die gängigsten Variationen davon, um eine ganze Menge Trizeps-Übungen zu haben. Aber es kann natürlich sein, dass der eine Griff mit der Variation, die ihr liebt, vielleicht nicht dabei ist. Dann übersetzt es ganz gerne mit einem anderen Format. Aber wie beim Bizeps gibt es sonst zu viele Varianten. Meinen schlauen Laptop schlage ich dazu mal wieder auf. Dann habe ich es mit mir auch in Übersicht. Und wir beginnen so gleich mit French Press. Und zwar der übliche an der SZ-Stange, wie es die meisten machen. Also erstmal freie Gewichte. Und ich habe zwar schon zu dieser Übung auch gesagt, sie ist bedenklich, denn sie kann eure Ellbogen ganz schön in Mitleidenschaft führen. Ja, aber hier geht es darum, wie gut eine Übung ist für den Muskelaufbau. Und selbst wenn sie dann gefährlich ist, kann sie hier reingerankt werden, auch wenn es vielleicht mitbedacht wird, so grob. Hier muss ich dazu sagen, sie ist trotzdem eine der absolut effizientesten Übungen für mich für den Muskelaufbau im Trizeps. Und mit French Press ein Training zu gestalten, ist was völlig anderes als ein Training ohne. Macht einen großen Unterschied. Und deswegen haben wir hier direkt ein Tor. In der obersten Kategorie S. French Press mit der SZ-Stange. Danach bleiben wir bei French Press und gehen mal direkt über zu der Kurzhantel-Version. Aber auch da muss ich sagen, jetzt haben wir noch das Plus, dass wir die Handgelenke etwas freier bewegen können. Ebenfalls deswegen die beste Kategorie, ein S. Auch noch ein Klassiker, Seildrücken. Wer macht es nicht? Es gehört eigentlich in jedem Plan von einem jeden Individuum, dass er eigentlich irgendeine Seilvariante da drin hat. Deswegen sehen die Dinger auch meistens schlimmer aus als eine 10-fach benutzte Zahnseide in den Studios, weil sie eben einfach äußerst beliebt sind. Wir kommen zwar hier nicht unbedingt in den besten Stretch, weil wir unsere Oberarme recht weit unten haben und wir müssten über Kopf damit kommen, ist aber nur da ein kleiner Formverlust. Ansonsten hat man ein super Gefühl da drin. Wenn ihr nicht den Fehler macht mit dieser komischen Abklappbewegung da unten, ansonsten schaut euch das entsprechende Video an, könnt ihr diese Übung sehr gut nutzen, euch gut einfühlen und habt einen schönen neutralen Griff. Und damit ist es definitiv noch eine richtig gute Übung in A. Ich nehme jetzt mal nur eine Variante von den möglichen Halterungen, die man haben kann, und zwar auch ein Klassiker, nämlich die V-Haltung, die Stange. Und die bekommt dementsprechend, kann ich auch direkt ohne Umschweife sagen, ein A. Ist auch eine richtig gute Variante. Muss man einfach gucken, worauf man mehr gehen möchte. Nimmt man das Seil, hat man mehr einen Hammergriff und dadurch hat man etwas mehr den äußeren und kleineren Kopf des Trizeps mit drin. Und bei der anderen Variante, wenn man mit den Ellbogen etwas weiter nach außen geht, etwas mehr den langen Trizepskopf. Gehen wir über zu einer ganz anderen Haltung, nämlich wenn ihr jetzt komplett in die Suppination geht, dann habt ihr Reverse-Kabeldrücken. Das gleiche am Kabel, nur dass ihr einen kompletten Untergriff habt, wie man auch so schön sagt. Das ist allerdings eine so furchtbare Position für die Handgelenke. Und da kann mir kein Individuum von euch da draußen erzählen, dass das komfortabel ist. Ihr verdreht sie einfach so, egal ob ihr Schmerzen dabei spürt oder nicht. Aber diese Verdrehung, und wenn man dann mit ordentlichem Gewicht arbeiten möchte, ist Chaos. Braucht ihr nicht. Deswegen haben wir hier mal direkt ein Kontrastprogramm, nachdem wir so einen Superstart hingelegt haben, mit einem D. Wirklich übel. Einarmiges Kabeldrücken vor dem Körper. Das ist eine Variation, die irgendwie für mich eine reine Variation ist. Das bedeutet, ich bringe es gerne mal ins Training rein, um ein etwas anderes Gefühl zu haben. Muss aber sagen, gehe ich rein nach der Übung, habe ich nicht das beste Muskelgefühl da drin. Deswegen ist es besser als vielleicht die schlechteste Stufe. Und ja, ab und zu mache ich es mal ganz gerne, aber auf diese würde ich mich nicht verlassen, in den Hauptübungen für den Trizeps. Und ich glaube, dadurch ist mein Trizeps wahrscheinlich auch noch nicht gewachsen. Deswegen gerade mal noch ein C, auch wenn ich die nicht sehr oft sehe im Fitnessstudio. Das Overhead Seildrücken. Hier haben wir natürlich jetzt einen super Stretch bei der Seildrückvariante drin. Allerdings haben wir hier das Problem, ein bisschen Körperbalance einhalten zu müssen. Mich zieht es immer ordentlich nach hinten bei dem Gewicht. Und da muss ich mich so weit vorlehnen, dass es nicht mehr so komfortabel ist, das Ganze. Und man braucht natürlich auch so ein bisschen Mobility in den Schultern. Ist nicht mehr unbedingt für jedermann eine Sache. Deswegen würde ich dir trotzdem noch sagen, ist ein B, ist noch okay die Übung, ist so irgendwo im Mittelbereich, aber mehr auch nicht. Das Ganze natürlich, Overhead mit der Stange, mit dem V-Griff, würde ich auch wieder das gleiche Ranking geben. Ebenfalls ein B kann man machen. Und viele haben vielleicht ein richtig gutes Gefühl darin, wegen des Stretches. Aber für mehr mache ich es eigentlich auch nicht. Behind the Back Kabel drücken. Damit ist eigentlich nichts anderes gemeint, außer der Variante am Kabel, statt Kickbacks mit der Kurzhantel. Es kann manchmal eine etwas ungemütliche Position sein. Da müsst ihr selbst gucken, wie ihr da reinfindet. Aber das ist so ziemlich die einzige Übung, wo ihr mal den Oberarm hinter dem Körper habt. Das habt ihr natürlich noch beim Klassiker Dips, ja, aber keine Isolationsübung, wo ihr das eigentlich im klassischen Weg habt. Ihr könnt viel Variation reinbringen, indem ihr einfach nach vorne, nach hinten, zur Seite geht und so weiter, weil ihr euch ja hinstellen könnt, wo ihr wollt. Deswegen ebenfalls eine super Übung, vor allem, weil sie einfach nochmal eine ganz andere Dimension beleuchtet bei eurem Trizepstraining als all die anderen Übungen. Deswegen definitiv noch ein A. Und jetzt kommen wir zu der anderen Variante mit den Kurzhanteln, Kickbacks. Ja, das wird jeder auswendig kennen, weil es so ziemlich die einzige Trizepsübung ist, die man machen kann, wenn man ein Homegym hat. Mit begrenzter Auswahl heißt nur ein paar Gewichte, Kurzhanteln oder ein Kasten Bier. Deswegen muss man gucken, was man aus diesen Möglichkeiten machen kann. Und Kickbacks ist so ziemlich das einzige fehlt in Trizeps, wenn es um die Isolation geht. Hat aber einen so wahnsinnig geringen Radius nur. Es geht wirklich nur noch darum, dass man eigentlich diese 30, 40 Grad hinter bewegt, die man wirklich spürt. Da unten spürt man kaum was und es pendelt einfach nur aus. Und da oben dafür volle Kanne. Ja, dafür kann es für einen ordentlichen Pump sorgen, ist aber schon fast mehr eine statische Wiederholung da oben mit dem Pump. Und ansonsten gibt es da nicht viel mehr. Unheimlich kleiner Bewegungsradius, kein Stretch da drin. Also eigentlich eine furchtbare Übung und deswegen definitiv ein D. Enges Bankdrücken war mal ein Klassiker, sehe ich immer seltener, gilt als eine der Grundübungen für den Trizeps. Auf Oldschool-Variante habe ich aber nie viel von gehalten. Warum? In erster Linie, weil es mir den Splitplan zerschießt. Ich will an dem Tag nicht Brust trainieren. Ich will meine Schultern raushalten. Und wenn ich so viel Gewicht hier nehme, wie beim engen Bankdrücken, dann könnt ihr davon ausgehen, der Trizeps macht nur genau das Gleiche wie bei den Isolationsübungen. Mehr Gewicht würde der auch nicht nehmen. Alles andere geht auf die anderen Muskeln. Hey Mann, die sind noch gar nicht dran. Vielleicht sind die sogar morgen dran, vielleicht gestern. Vielleicht übermorgen. Aber alleine die Energieverschwendung, dass diese Muskeln arbeiten müssen, sehe ich nicht ein. Deswegen gerade noch ein C, denn man kriegt ein Gespür in den Trizeps und es ist mal ein bisschen was anderes, aber für mich reine Verschwendung und hat noch nie in den 26 Jahren meiner Trainingshistorie Platz darin gefunden. Die andere Grundübung für den Trizeps, weil auch andere Muskeln involviert sind, sind natürlich Dips. Gehen wir erstmal an Dips in der Maschine. Es gibt viele Varianten von Maschinen. Dadurch könnt ihr natürlich den Griff ein bisschen variieren, weil ihr euch nicht auspendeln müsst. Viele nutzen diese Maschinen gerne, weil sie extrem hohes Gewicht in einem sehr frühen Stadium bewältigen können. Das merke ich immer wieder bei relativen Anfängern, dass sie ziemlich stolz sind, dass sie da so viel Gewicht bewältigen. Ja, als Grundübung kann man das recht gut. Runterdrücken ist da ein bisschen leichter. Der Querschnitt der Brust, weil der untere Teil der Brust drin ist, macht das Ganze dann auch noch ein bisschen leichter. Aber das macht das nicht zu einer wirklich guten, effizienten Übung unbedingt für den Trizeps. Deswegen gerade mal noch im Mittelbereich ein B. Das gleiche gilt für freie Dips. Viele schwören da drauf, manche eher für die Brust. Für den Trizeps habe ich noch nicht richtig gehört, dass viele denken, dass das wäre die Aufbauübung schlechthin. Deswegen auch hier nur ein B. Viel Aufwand mache ich gerne mal zum Schluss oder als Kombination, um so ein bisschen den letzten Saft rauszuholen, vielleicht erst Seildrücken, die Isolationsübung, dann an den Dips ran. Das macht vielleicht Sinn oder umgekehrt. Aber ansonsten als reine Übung, glaube ich, hat sich mein Trizeps dadurch noch nicht aufgebaut. Und hier möchte ich mal aus Prinzip noch eine Variation reinbringen. Und das ist die TRX-Variante. Das aktiviert eine ganze Menge Hilfsmuskeln, die allerdings fast alle nicht mit dem Trizeps zu tun haben. Ist ganz nett, ist was zum Prahlen, ist etwas, um mal ein bisschen Koordination und Balance reinzubringen, im Gegensatz zu dem sturen Gepumpe von Bodybuildern. Aber auch nicht mehr für den Trizeps. Deswegen müssen wir hier auf dem Boden bleiben. Gibt auch nur ein B. Die Kurzhantel-Overhead-Extensions im Sitzen. Das bedeutet, diese schöne Crusher-Übung, die man gerne mal im alten Flex-Magazin gesehen hat oder so, ebenfalls eine Übung, die viele Nachteile hat. Es kommt ein gewisser Stretch rein, aber das war es auch schon. Die Gewichtsverteilung ist nicht besonders günstig. Der oberste Punkt, die Spitzenkontraktion, ist nicht besonders stark. Und alleine, dass man sich so ausbalancieren muss, viel Mobility haben muss, bevor man sich den Schädel zertrümmert, bei höheren Gewichten wird das dann immer schwieriger, dem Kopf auszuweichen. Und die Schulter in so eine ungünstige Position gebracht wird, auch die niemals Platz gefunden bei mir, außer in den ersten ein, zwei Jahren, als ich mal noch öfters zu Hause trainiert habe. Deswegen auch hier nur gerade noch eine Haltungsnote C, aber auch nicht mehr. JM Press, habe ich vorher nie gehört. Habe ich jetzt mal nur aufgenommen, weil ich mich seitdem da mal ein bisschen schlau gemacht habe. Aber rein vom Trainingsprinzip und meinem ersten Test sagt mir das, das ist eine Übung, die hat sehr viel Verletzungspotenzial, großes Risiko. Ihr nehmt ein bisschen mehr Gewicht. Das ist eine Mischung aus French Press und engem Bankdrücken und einfach nur eine Übung, die keiner braucht. Wozu? Nicht gut für die Handgelenke, nicht gut für die Schulter, nicht gut für den Rest und ich glaube, es wird auch nicht unbedingt mehr euren Trizeps aufbauen. Ein klares D. Kommen wir zu der Kurzhantel-Overhead-Extension. Beidhändig? Ja, es geht auch noch schlimmer, wenn ihr so eine große Handel bewältigen wollt. Jetzt müsst ihr noch mehr Gewicht haben. Mehr als doppelt so viel als bei den Einarmigen. Und irgendwie müsst ihr noch weiter zurückkommen. Diese Mobility habe ich gar nicht mehr. Ich könnte gar nicht irgendwie 30 Kilo hier hinten bewegen oder 40. Außerdem muss ich ja auch irgendwie sitzen bleiben. Ich kann also keine Lehne hinten haben, weil ich sonst mit der Kurzhantel dagegen komme. Oder ich muss die Bauchmuskeln die ganze Zeit anspannen. Oh mein Gott, verschont mich damit. Ein absolutes D. Katastrophe. Braucht keiner, wenn ihr diesen kleinen Muskel trainieren wollt und dann dafür den Aufwand habt, den ganzen Körperfass zu involvieren. Mein Gott, wo sind wir denn hier? Dann haben wir natürlich ebenfalls noch eine Variante, die jeder Men's Health Freak nimmt oder Leute, die zu Hause trainieren. Das sind die Bench-Dips. Habt ihr sicherlich schon mal irgendwo gesehen oder irgendwo auf dem Sportplatz gemacht, um euch ein bisschen aufzupumpen oder im Schwimmbad. Ja, fürs Aufpumpen kann man es mal verwenden. Ansonsten birgt diese Übung nicht viel mehr. Ist sogar eine schlechtere Variante von den Dips. Deswegen, ein Unterdips kriegt nur noch ein C. Und dann haben wir noch enge Liegestütze. Eigentlich drehen wir das enge Bankdrücken einmal um, haben aber im Prinzip noch mehr Probleme, denn Liegestütze, Handgelenke, ebenfalls kein großes Gewicht. Damit haben wir hier zum Schluss noch mal einen Kandidaten für ein D. Und jetzt, Trommelwirbel, wird es spannend. Was wird zur besten Übung erkoren und die schlechteste? Fangen wir mit der absolut besten Übung an für den Trizeps. Wenn es nur noch eine Übung gäbe oder wenn eine definitiv öfters mal im Trainingsplan auftauchen sollte, ist das für mich French Press mit der SZ-Stange. Damit haben wir angefangen. Schwer zu erraten. Ja, das ist so eine grundsolide, gute Übung. Ja, man kann sich mit den Ellbogen da ganz schön das verscherzen. Deswegen gut aufwärmen für die Übung. Vor allem, wenn ihr schon viel Gewicht benutzt. Kommt da gut rein, fühlt den Muskel ganz gut. Und dann könnt ihr sogar noch ein bisschen Variationen reinbringen und etwas mehr Stretch. Ansonsten die schlechteste Übung überhaupt, würde ich sagen, sind Kickbacks mit der Kurzhantel, weil einfach so gut wie gar keine Range of Motion da drin ist und sie sich alles andere als gut anfühlt. Nur zum Improvisieren, wenn man wirklich nichts anderes hat. Und selbst da, nehmt euch ein Terraband und macht damit Seildrücken, indem ihr es einfach über eine Tür spannt oder so. Alles ist besser als diese furchtbaren Kickbacks. Die braucht keiner. Wenn ihr jetzt mal sehen wollt, was die besten Übungen für den Bizeps sind, schaut direkt hier weiter oder guckt euch auch mal die anderen Videos auf dem Kanal an dazu. Wenn ihr natürlich einen krassen Trizeps haben wollt, braucht ihr doch die entsprechenden Supplement und Unterstützung. Die könnt ihr bei Wider bekommen. Schaut mal in dem Shop vorbei und bestellt mit dem Code GOTTI. Und dann werdet ihr auch noch einen kleinen Nachlass erhalten. Freut sich der Kanal, freut sich weiter. Vor allem aber freut ihr euch darüber, denn das sind die besten Supplements, die ihr kriegen könnt da draußen. Jetzt bin ich natürlich auf eure Kommentare gespannt. Was haltet ihr für die besten Trizeps-Übungen? Schreibt es rein, unterhaltet euch darüber, tauscht euch aus. Und ich bin mal gespannt, ob so manches D bei mir eigentlich ein S bei euch ist oder umgekehrt. Gibt es so große Differenzen? Das war's von mir. Macht's gut. Bis bald. Euer Gotti.